Ihr glaubt gar nicht, wie oft ich mich so abgeschleppert. Das hat sich aber dank des neuen Klappboller-Wagens von Kettler geändert. Die zwei integrierten Sitze inklusive Fünfpunktgurte und Sonnenverdeck sorgen für den perfekten Komfort und machen den Spaziergang zu einem besonderen Erlebnis. Er ist super easy aufgebaut und bietet genug Stauraum für Tasche und Co. Noch ein Vorteil ist, dass der Boden des Wagens sich ganz einfach zu einer geraden Liegefläche umfunktionieren lässt. Multifunktional einsetzbar. Seit einigen Monaten ist er unser treuer Begleiter und wirklich nicht mehr wegzudenken.